Hi Leute, ich habe heute mal in meinen Schrank geguckt und habe gesehen, dass ich ein paar Sachen habe, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Trail of Sale Video. Ja, die ersten zwei Sachen, die ich habe, sind zwei Decks. Das eine hier ist Burnham & Black River Pirate. Schon ziemlich zerscratched, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht. Plyce, kann man eigentlich gar nicht mehr kennen, aber wir waren gelb-grün. Ja, ziemlich zerscratched, also falls es jemand will, einfach mal anschreiben. Dann habe ich hier noch ein extrem gut erhaltenes Burnham Wood Bird Graphic. Ja, also hier oben sind ein bisschen die Farbe abgescratched. Und hier unten, wenn damit das noch alles top, also ich bin nur einmal damit gefahren. Plyce, wen interessiert. Das ist in Natur, blau Natur, blau Natur. Ja, also einfach anschreiben. Dann habe ich hier noch einmal die Black Rib Hole Bank. Ich habe jetzt hier die Schrift angemalt. Ja, also ich finde es eigentlich geil, aber wenn man will, kann man den Stick halt wegmachen. Ja, also es ist eigentlich noch top neu, fast nie benutzt. Jo. Und dann habe ich hier noch die Box 5. Die ist jetzt schon ein bisschen kaputt. Und hier sehr stark. Gebandet. Hört mal nach. Ja. Blöb unten. Klar. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kunstgras. So ein bisschen kleinere Stückchen, die ich eigentlich auch nicht mehr brauche. Also ja, wenn es jemand will. Wie gesagt, also wenn ihr etwas wollt, einfach anschreiben. Einfach in die Kommentare oder Privatnachricht. Ja. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ciao.